Wöchentlichen Montagscafé Hi ihr Lieben, wir sitzen wieder mal bei unserem wöchentlichen Montagscafé. Diesmal in der Arbeit von meiner Mama. Und heute geht es zur Abwechslung mal ins Homesplace. Was trainieren wir heute? Beine. Wieder mal. Wir freuen uns schon. Immer. Kommen wir gleich. Ich habe heute zu viel gegessen. Ich habe leider zu viel gearbeitet, zu wenig gegessen. Wir werden sehen, wie es uns beim Training geht. Okay, wir haben unsere Meinung geändert. Es ist zu spät, es ist zu kalt. Meine Mama hat heute zu spät aus. Wir sind zu faul. Okay, nicht ganz so faul. Aber wir gehen nach Hause trainieren. Und dafür zeige ich euch heute unser Trainings-Equipment zu Hause. Und was wir alles damit anstellen. FZ-Stange. Kurzhantel. Unseren berühmten Gorilla. Resistenzbänder. Ein unnötiges Fahrrad, was keiner braucht. F-Roll. Und ganz wichtig, unsere Fußmanschetten. Aufmerksam. Das ist eine gute Geschichte. Das ist eine gute Geschichte. Oh na 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 Oh na 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 Oh my heart is in Havana Oh na na He took me back to East Atlanta Oh na 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 Oh but my heart is in Havana My heart is in Havana Oh na na Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Bis zum nächsten Mal.